Stop, 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 so geil das nicht, so geil das nicht. One, two, three, four. In diesem Sinne wünscht euch das gesamte Team der Landsitzliebe mit der angeschlossenen Gruppe Wasserquellenübersicht, das Original, gesegnete Feiertage. Nun beginnt die Verlosung der Gewinner aus unserem Adventsgewinnspiel. Herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Sponsoren, die ihre Gaben für euch zur Verfügung gestellt haben. Herzlich möchten wir uns auch bei allen bedanken, die die Gruppen der Landsitzliebe unterstützen, und zwar in jedem Bereich. Vielen herzlichen Dank dafür. Das macht uns Mut, auch im nächsten Jahr wieder für euch da zu sein. Euch interessiert bestimmt das gesuchte Lösungswort. Und das Lösungswort in der Wasserquellenübersicht des Original lautet das Lebenselixier Wasser. Es freut mich unheimlich doll, dass ich den lieben Erik hier bei mir habe, der uns heute als Wasserelf zur Verfügung steht und die Gewinner für euch aus dem Lostopf ziehen wird. Vielen lieben Dank, Erik. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Bist du bereit? Können wir mit der Verlosung beginnen? Ja. Schön. Dann... So, der erste, der gewonnen hat, oder die erste, ist eine Tanja. Die liebe Tanja gewinnt eine 60- bis 90-minütige Glücksseelen-Code-Sitzung. Die liebe Lisa stellt diesen Gewinn für dich bereit und wir hoffen, du hast viel Freude damit und es bringt dich in deinem Leben ein Stückchen weiterhin zum Glücklichsein. Herzlichen Glückwunsch, liebe Tanja. Bist du bereit für die nächste Ziehung, Erik? Ja. Die nächste Gewinnerin ist die Gesina Restel. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gesina. Du hast ein frei wählbares Thema für ein Live-Coaching gewonnen. Die liebe Philo, die du auf der Website www.mylifecoaching.com kennenlernen kannst und auf Telegram bei t.mi.com stellt dir diesen Gewinn zur Verfügung. Sie schenkt dir diesen 90-minütigen Gutschein. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gesina. Kommen wir jetzt zum nächsten Gewinner. Der nächste Gewinner ist die Sünnje. Oder Gewinnerin, besser gesagt. Gehe ich mal davon aus. Liebe Sünnje, Janett schenkt dir einen Gutschein für eine Aura-Fotografie. Natürlich mit ausführlicher Beratung. Kontakt zu Janett, die sich mit der Aura-Fotografie und auch mit Familienaufstellungen befasst, findest du unter aura-foto-für.de. Herzlichen Dank für die Bereitstellung, liebe Janett, dieses Gutscheins. Sünnje und dich erwartet ein ganz, ganz besonderes Foto von deiner Aura. Herzlichen Glückwunsch. Nun auf zum nächsten Gewinner. Lieber Erik, greif zu. Die liebe Chrissy von der Senn-Manufaktur stellt dir, liebe Eli, ein Orgonit-Herz zur Verfügung. Herzlichen Glückwunsch zu diesem außergewöhnlich schönen Gewinn. Diese Orgoniten-Herzen und auch viele weitere wunderschön erstellte Kunstwerke findest du im Kanal t.mi Senn-Manufaktur. Herzlichen Dank für die Bereitstellung, liebe Chrissy. Und dir viel Spaß, liebe Eli, mit diesem wunderschönen Herz. Kommen wir jetzt zur nächsten Auslosung. Die Sylvia hat gewonnen. Blockaden lösen mit Bastian Michels. Kannst nun du, liebe Sylvia. Du erhältst eine ausführliche Analyse zu 12 Lebensbereichen im Wert von 200 Euro von ihm. Wirf den emotionalen Ballast über Bord. Viel Erfolg dabei wünscht dir die Landsitzliebe und natürlich der großzügige Spender Bastian Michels. Wenn dich dieses Thema interessiert, informiere dich auch gerne in seinem Kanal t.mi Energietherapie und sei glücklich wie nie. Und weiter geht's mit der Verlosung. So, eine Su-Fi. Ja, schwierig auszusprechen. Aber die liebe Su-Fi hat ein ganz tolles Buch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, liebe Su-Fi. Dieses Buch, gesponsort von der lieben Lisa, umfasst 111 Seiten und zeigt dir, wie du mittels der Kineosologie dein gesamtes Wohlbefinden steigern kannst. Mehr über dieses schöne Buch und die Autorin Lisa kannst du am Kanal t.mi Teste dich glücklich erfahren. Vielen Dank für die Bereitstellung deines eigens geschriebenen Buches, liebe Lisa. Eine ganz große Bereicherung für unser Gewinnspiel. Und dir, liebe Su-Fi, viel Glück und Wohlbefinden mithilfe dieses Buch wünschen wir dir. Alles Liebe. Viel Spaß beim Lesen. So, lieber Erik. Ich denke, wir haben noch eine Runde. Bist du bereit? Ja. So. Und der liebe Falco hat gewonnen. Ah, der liebe Falco vom Kanal Heilung im Einklang mit den Seelen. Genau. Der auch sehr viel dazu gesponsert hat. Wie Handlesen. Was wir in der Langsensliebe schon verlost haben. Und ja. Er ist halt auch sehr, sehr mitvertretend bei uns. Ja, gleich drei Gewinne hat er zur Verfügung gestellt. Auch reinigen, Handlesen und eine Regiebehandlung. Vielen Dank, lieber Falco. Umso mehr freut es uns, dass auch du bei unseren Gewinnspielen teilgenommen hast und diese wunderschöne Orgonit-Feder gewonnen hast. Bereitgestellt wurde sie von der lieben Tanja. Die kreative Orgonit-Werkstatt von Tanja Aurora hat übrigens auch gleich zwei Gewinne zur Verfügung gestellt. Diesen wunderschönen Orgonitengel und diese wunderschöne Feder, die du jetzt gewonnen hast, lieber Falco. Wenn dich diese wunderschönen Kunstwerke von der lieben Tanja interessieren, schaue gerne am Kanal t.mi slash bag Orgonit-Werkstatt herein. Du findest dort natürlich viele weitere kunstvoll gestaltete Orgonite mit filigranem Design. Wir wünschen euch viel Spaß und positive Energie mit diesen Schmuckstücken. Herzlichen Glückwunsch und viel Freude daran, lieber Falco. So, einen Gewinner können wir mitziehen. Das waren dann die Teilnehmer, die an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben in der Wasserquellenübersicht des Original. Und der letzte bei uns ist der Magnus. Magnus hat den zweiten Gewinn bereitgestellt von der lieben Chrissy von der Senn-Manufaktur, nämlich ein Orgonit-Herz, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Magnus. Wir sind allen Sponsoren sehr dankbar für die Bereitstellung der Gaben, die wir an euch weitergeben dürfen und die wir, so wie wir hoffen, euch auch ein bisschen neugierig gemacht haben, um bei ihnen im Kanal vorbeizuschauen. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung unserer Gruppen in Form von wunderschönen Beiträgen und natürlich auch finanziell. Habt vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr unsere Arbeit auf diese Art und Weise zu schätzen wisst. Nun bleibt uns noch übrig, ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Liebe wünscht euch eure Landsitzliebe. Und der Erik. Vielen Dank, lieber Erik. Vielen Dank dafür, dass du dich als Wasserelf zur Verfügung gestellt hast und alle Gewinner gezogen hast. Dankeschön. Bitteschön. Auch dir alles Liebe. Dankeschön.